Nach dem Hinspiel und es war doch für alle nicht so leicht dann diese Spannung zu halten bis heute. Eben weil sowas in den ersten Minuten heute hier nicht schlagreich das spielen kann, dass Kostrup irgendwie ein Fall ins Tor bekommt und dass dann eine zum großen Teil der junge Mannschaft ins Bügeln kommt. Der Trainer hat das noch nicht erlebt.